Wir singen zwei Lieder hintereinander und machen da gar keine Pause dazu. Beides sind, wenn ihr so wollt, tänzen. Das erste ist mehr eine Choreografie. Das singen wir und ich zeige euch einfach, das mache ich gar nicht mehr, waren die Choreografie. So als würdet ihr nochmal eine große Erdkugel berühren können, nicht mehr draufstehen, sondern auch berühren. Und das Wasser fließt von links oben in einer Wellbewegung nach rechts. Und die Air, die Luft, die holt ihr von hier, denn Fire ist eine Flamme und Spirit ist ein Klatsch. Und das zweite geht dann einfach, hört ihr dann zum Rhythmus und ändert sich das in so einen ganz geraden Rhythmus. Mother, I feel you under my feet. Mother, I hear your heart beat. Mother, I hear your heart beat. Es ist bayerisch übersetzt. Mutter, ich spüre die unter meinen Füßen. Mutter, ich hätte ein Herzschlag. Mutter, ich spüre die unter meinen Füßen. Mutter, ich zie das. Mutter, ich zie das. Mutter, ich weiß, das junior und schw allem. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018